Die Spielregeln in Organisationen werden meist von Männern gemacht. Das hat damit zu tun, dass mehr Männer an den Führungsspitzen sind. Wenn Sie also Mühle, Dame, Schach, Menschärgerätig nicht spielen wollen, dann müssen Sie die Regeln des jeweiligen Spiels kennen, um es gewinnen zu können. Und genauso ist es auch im Business. Lernen Sie die Regeln des jeweiligen Umfelds. Sie können nicht davon ausgehen, dass die Regeln, die Sie sich gemacht haben oder dass die Regeln, die Sie mitbringen, in dieses Umfeld passen. Machen Sie die Hausaufgaben. Lernen Sie die Spielregeln des jeweiligen Umfelds und Sie sind voll mit dabei.